Ça c'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Endlich, dann nicht Französisch! Ich muss ein bisschen wie eine Brust aussehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ça doit ressembler un peu à une poitrine. Das ist ein kleiner Blumentopf, den ich gemacht habe. Ich beherrschte ja die Technik nicht, aber mir hat die Dame da geholfen und es ist gelungen.